4, 3, 2, 1 Jo! Der hat auch direkt wieder seinen Scheiß! Mann. Die visiert auch immer den größten Scheiß im Kampf an. Nö, kann ich nicht stoppen. What a mistake, you dear lady Tasty. I'll get you, next time. Warte. Scheiße, man. Man, ey. Wo waren denn die Brandfässer, die anderen? Die müssen doch hier irgendwo sein, Alter. Da. Scheiße. Weil ich mich damit selber auch hochgejagt habe. Mann. Mann. Guck mal, wie willst du den Count angreifen, wenn alle anderen die ganze Zeit an deinem Arsch sind, Alter. Ja. Ey, Alter. Renn nicht. Ja, ist gut. Wenigstens waren wir hier schon mal in der letzten Phase. Ich seh nix. Wozu auch? Alter, das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Die Kamera ist so lächerlich schlecht in dem Spiel. Geil, Alter. Ich hätte jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass mich das trifft, wenn ich ausweiche. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, Aufnahmepause dann beim nächsten Mal. Ist ja alles halb so wild. Machbar ist es definitiv. Wo ist denn der Duke? Da ist der Duke, alles klar. Hä? Hä? Ich hätte gedacht, der ist mir nachgerannt. Ist er wohl nicht. Das endet jetzt. Hä? Oh, cool. Ich wurde selber von den Fässern... Wurde selber von den Fässern gerade behakt. Geil. So, Phase 2. Udos gehen mir auch auf den Sack. Ich will doch nur den Udo da töten! Alter! Du bleibst überall hängen und an jedem Hans-Wurst-Gegner. Es ist alles nicht wahr hier. Ja. Cool. Ja. Ja! Ja! Ich häng' hier wieder an der Ecke fest. Es ist alles geil hier. So, Special-Angriff. Würdest du mal bitte klappen? Danke. Ey! Es ist so ein Aids-Scheiß. Und er ist halt wieder komplett voll, Alter. Ich hab B gedrückt. Ey, ich hab... Ja, nee. Komm, wir machen gleich eine Aufnahme. Pause. Hat gerade... wenig bis gar keinen Sinn. Ich hab jetzt auch keinen Bock wieder zu ragen. Nimm doch das Ding! Es sind so Sachen im Spiel, die funktionieren einfach nicht. Wenn da RB steht, dann muss das auch von hier aus klappen. Es tut's aber nicht. Es tut's nicht! Ey, das ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Meine Fresse! Toll! Jetzt bin ich zu weit weg vom Duke! Oh, das ist nicht mal der Duke! Geil! Mann, du fette Transvestite! Oh nein, ich hab nix dagegen. Sachen, die einen halt rausrutschen. So. Ja, Duke... Duke Phase 1 ist aber immer so... ...relativ leicht. Aber danach ist halt... Oh Mann, ey! Ich weiß, ich hab selber schon oft gesagt, Rennen bringt in dem Spiel nix. Es ist auch so dumm. Es ist halt einfach so dumm. Wozu gibt es das Rennen denn dann? Für was gibt es das dann? Wenn's nix bringt. Oh, ey. Cool. Alles und jeder wurde getroffen. Nur nicht der Gegner, den's treffen soll. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Cool. Alles und jeder wurde getroffen. Nur nicht der Gegner, den's treffen soll. Ich muss aber auch gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich so knackig ist. Er läuft da hinten gegen... Ist doch nicht euer Ernst, dass ich jetzt schon getroffen wurde. Es kann doch nicht euer Ernst sein, Alter. Hier, hau doch mal die Dinger... Es ist nicht wahr, Alter. Rennen ist so useless in dem Spiel. Dann bau es nicht... Ohne Scheiß, dann bau die Kacke nicht ein. Dann bau die Kacke nicht ein, Alter. Dann bau die Scheißfunktion nicht ein, wenn das nix bringt. Dann bau den Wichs nicht ein, Alter. Dann geh mir nicht mit so ner Scheiße auf den Sack. Geh mir nicht mit so ner Scheiße auf den Sack, Alter. Als Entwickler. Wenn das nicht funktioniert, dann geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Mit so ner Scheiße. Dann bau es nicht ein, wenn es im Kampf nichts bringt. Wozu hab ich das Rennen? Für was? Wann brauchst du das in dem Spiel? Wann? In Kämpfen, wo es nichts bringt. Hier geht's. Ja! Er hat sich direkt wieder erholt. Es ist alles so beschissen, ne? Die Kamera ist für'n Arsch. Na, ja! Na, ja! Nice! Tritt den Scheiß genau in die falsche Richtung. Ja! So! Mann! Man sieht nichts! Und gerade jetzt, wo er angreifbar ist, Alter! Mando! Hau doch drauf! Genau, dann kriegen wir wenigstens wieder neue Energie. Wie? Ich weiß, Rennen bringt nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue die ganze Zeit. Nein! Ich weiß, was er das ist. Du hast gertet. Ich hab etwas anderes. Wollen wir mit ihnen dort verholt? Ich hab' mich nicht drauf. Ich bin der Klassiker. Ich bin der Klassiker. Ich bin der Klassiker. Oh man, diese Udos, die darfst du eigentlich auch nicht unterschätzen. Oh fuck, ich habe die nicht gesehen. Ich war jetzt so konzentriert auf den anderen Spacko. Wo ist der Doof? So, komm in die letzte Phase, prügeln den Wichser. Udo, komm mal her. Warte mal, wieso kommen die Grenadierenden eigentlich nicht? Das wundert mich gerade. Weg, 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 weg. Erstmal weg. Erstmal volle Energie behalten meine ich. Und jetzt erstmal einen Schlachtplan machen irgendwie, den ich nicht habe. Ah genau, den solltest du nämlich nicht attackieren. Geil. Oh Gott. Und da hat sie wieder nicht nach den Items gegriffen. Ich raffe es nicht. Da steht sogar RB. Es steht sogar RB da. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und die Kamera ist so ein Aids, alter. Nein! An ihn ran! Fuck man! Mann, warte. Geh mal her. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum die Grenadierenden nicht kommen. Oh, wieso trifft die denn? Ja, warum wohl? Weil ich an der Kante hängen geblieben bin. So richtig toll, alter. Weg. Wieder den Falschen getroffen. Boah, ey. Oh Gott, nein! Ey! Ist das blöd. Es ist alles so blöd. Die Kamera ist blöd. Dass man an Sachen hängen bleibt, ist blöd. Mann! Ist das ein Scheißkampf am Ende. Also am Ende. Weil... Das ist am Ende so beschissen einfach. Ja! Jetzt schnell dahin! Hau doch den Duke! Ja, das war's! Oh, das war nicht mal der Duke! Ey, ich krieg die Krise hier. Wer ist der Duke? Den Duke sollst du attackieren. Und nicht die anderen. Nur den Duke. Kann nicht so schwer sein. Ehrlich nicht. Warum nimmst du jetzt kein Item, wenn du eins nehmen sollst? Und warum wirfst du den auf den und nicht auf den Duke? Obwohl der Duke näher dran ist. Mann, alter. Ist das ein dummer Scheißwichsel. Ich seh nix. Es ist so geil einfach. Es ist das beste ever, alter. Dass man nichts sieht. Komm! Scheiße! Das hab ich mir anders vorgestellt. Ehrlich. Ey, das ist wirklich scheiße. Es ist wirklich blöd, alter! Meine Fresse! Toll! Genau die fette Sau wollte ich nämlich nicht treffen. Naja. Wenn ich die wenigstens los. You've always been a thorn in my side! Back! Back! Cool! Wozu die Items, wenn die nicht funktionieren, alter! Jetzt trifft der Hurensohn mich! Na klar! Ja! Die Vasen sind auch so unnötig blöd, ne? Die sind komplett blöd platziert und weiß ich nicht. Also... Meine Fresse, ey. Das ist so eine Scheiße. Vor allem, wenn du dann wirklich kurz davor bist! Oh Mann, no! Ich hab... Du kannst teilweise auch gar nicht so schnell weg! Oh Mann, ey. Ehrlich. Ja, wahaha! Das ist auch gar nicht unfair, dass man den Hurensohn einfach nicht mal mit deinem Bein... trächtigen kann, ey. Das ist nie passiert. Oh Mann, ey. Okay. Allerletzte Runde jetzt. Wirklich. Allerletzte Runde. Dann mach ich ne Aufnahmepause. Weil es hat gar keinen Nährwert mehr. Gerade. Es hat einfach keinen Nährwert mehr. 56 Tode! Fick doch meine Tote! Weiß ich nicht. Katze. Nein, bitte nicht. Ich nehm das auch zurück. Mann! Wieso? Mal klappt das, dass der dann so weggebombt wird? Mal gar nicht, ey. Es ist lächerlich, ey. Das ist auch so unnötig. Weil, was bringen dir die Fässer, wenn die nix bei ihm bringen? Nur bei diesem Fußgesindel von ihm. Diesen nervigen. Mann! Eine Güte, ey. Nimm doch das Ding! Wenn da steht, dass das geht. Hinterher! Ist das blöd, ey. Nimm! Meine Güte, ey! Hä? Hey, manchmal gehen die Knüpfe gefühlt auch nicht! Nee, komm. Das hat keinen Nervwert mehr. Ich reg mich unnötig auf. Aber warum macht sie das, wenn ich doch den Duke anvisiere? Es ist so beschissen teilweise. Mann, no! Wieso greift die nicht? Da steht RB! Es steht RB da! Mann, ey! Mann, Alter! Wie viele soll man ihn denn an den Schädel schmeißen? Halt die Fresse! Okay. Ich weiß, was ich gesagt habe, aber ihr kennt doch das Spiel. Ja! Wie einfach dieses Scheiß Drecksrennen nichts bringt, Alter! Es ist halt so dumm! Komm, haut mal die Dinger hier um, ohne dass ich das machen muss. Ja! So habe ich mir das nicht vorgestellt. Wo ist er jetzt? Oh, scheiße! Wo ist er? Wo ist er? Oh, scheiße! Ich kann diamondregen! Ja! Mann, ey! Diese Übergewichtige! Ich will nur demonstrieren, dass Rennen nichts bringt. Ich ralle auch nicht, warum. Ich ralle nicht, warum. Mann, ey! Ich ralle so vieles nicht an der Scheiße hier. Ich ralle so vieles an dieser Scheiße hier nicht! Ich ralle so vieles Ich ralle so vieles Ich ralle so vieles Dieses Hängenbleiben! Dieses geile Drehen von der Kamera! Nein! Diese Superkamera! Supergeil! Beste! Das ist das Beste an dem Spiel, die Kamera! Die ist so unglaublich gut! Da haben nur Fachleute dran gesessen! Und zwar Schimpansen, die das mit ihrem Arschbacken programmiert haben! Geil! Ich finde gut, dass man Schimpansen so einen wichtigen Job skippt! Harte! Mann, du Hurensohn! Nee, das macht absolut wirklich irgendwie kein Spaß, Alter! Das macht kein Spaß, Alter! Die Kamera ist so beschissen in dem Spiel einfach! Die Kamera ist der größte Scheiß in dem Spiel! Du bist hier nicht willkommen! Ja, super! Das hat ja schon mal nicht gut funktioniert! Mann, ey, du fette Dorf Matratze! Dorf Matratze! Mann, oh! Ey, du! Ja! Wirf nach Timbuktu! Wirf bloß nicht auf den Duke, der am nächsten dran ist! Warum auch? Ist ja Blödsinn, das zu machen! Ist das lächerlich! Ist das lächerlich! Ja, bleibt da hängen, Alter! Habt ihr das gesehen? Ich lauf auf der Stelle, Alter! Fegt euch ins Scheiß-Drecks-Knie! Wieso gibt man Schimpansen Job, Alter, dass sie mit ihren Arschbacken, ihren ekligen, roten Pickeligen die Kamera programmieren! Ja, da hat sie es jetzt den Duke komischerweise an die Schnauze geschlossen, ne? Gut. Phase 2. Mann, Alter! Das ist wieder nur passiert, weil ich an der Kante hängen geblieben bin! Yo! Meine Fresse, ist das ein Scheiß-Dreck hier! You've always been a thorn in my side! Yo! Weg! Ja, hä? Jetzt explodieren die auf einmal nicht, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen hier! What do you want? I'm afraid we are the young false fluttery at this point! Mann, oh! Ey, das ist bescheuert! As fuck, Alter! Wieso kann man keine Energie aufladen? Warum greift die manchmal Items nicht? Warum bleibt man so beschissen dran hängen? Ja, ich meine, das ist realistisch, aber das ist immer noch ein Videospiel. Wieso ist die Kamera so beschissen? Die Kamera ist wirklich Aids in diesem Spiel, also... Da hat sie wieder das Item gerade nicht gegriffen, obwohl da das stand, was ich drücken kann und ich das gedrückt habe. Jetzt bleibt sie wieder an der Kante hängen. Jetzt ist der Doop wieder so nah an uns dran und kriegt mich gleich. Du sollst... Ja, ey! Die soll den Doop angreifen? Was macht die? Die greift jeden Spasti an! Ja. Ja, 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 weich nicht aus. Ist okay. Mano! Wo ist der Wichser? Hier, super. Hat richtig was gebracht. Da hat sie wieder das Item nicht gegriffen. Es ist echt nicht wahr, Alter. Es ist echt nicht wahr. Das kannst du dir nicht ausdenken, die Scheiße. Oh, Mann, Alter. Ich habe wirklich auch keinen Bock mehr. Ich sollte eine Aufnahmepause machen. Ich sollte wirklich einfach eine Aufnahmepause machen. Es hat einfach keinen Sinn gerade. wenn ich ihn jetzt wenigstens in die nächste Phase kriegen würde. Ja, ich bin auch tired auf euch, ihr Wichser. Mann, du fette Schokoladenliebhaberin, Alter. Und ich darf das sagen. Ich bin selber ein fetter Schokoladenliebhaber. So. Warte. Wo ist der Duke? Auf jeden Fall nicht nah genug dran für den Spezialangriff. Ja, das kannst du dir einfach manchmal alles nicht... Jo, der hat den abgewehrt. Auf locker, auf lock. Auf lock hat er den abgewehrt. Und warum ist jetzt eine Grenadierin dabei? Und vorhin nicht. Also, das traf ich auch gerade nicht so richtig. Aber okay. Da sollte sie gerade wieder das Item greifen, was sie nicht getan hat. Es ist echt zum Mäuse melken hier. Ich sehe nichts. Alter. Warum explodier? Cool. Nein. hat die sich selber weggesprengt, die Grenadierin, oder hat die einfach keinen Bock mehr? Ne, da läuft sie. Ich will ja, dass sie den Duke eigentlich runter... runterbombt. Ja, ja, ja. Okay, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Oh, moin. Mach mal nochmal mit dem Duke den Spaß. Uiuiui. Komm, Grenadier. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Warte mal, ist der Duke gerade angreifbar? Ne, das ist die Antwort. Und damit meine ich nicht diese Band. Uh, nein. Oh Gott, ey, meine Hände sind so schwitzig, ich kann nicht mehr, ey. Oh. 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 Na, wer wird denn hier gleich? Warte mal, ich muss mal ganz kurz Pause drücken, mal eben die Hand ausschütteln und die mal eben in der Hose abwischen. Ich sage ja, die ist so verschwitzend. Rollen, 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 rollen. Nein, weg. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt nicht so einen blöden Fehler machen, bitte. Nein, 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 weg, 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 weg. Ey, so langsam müsste der doch aber auch mal wieder... Nein, 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 da habe ich eben nicht aufgepasst, beziehungsweise ich war zu sehr auf den verschissenen Duke konzentriert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist der Scheiß Duke? Warte mal. Riskant, ich weiß. Nein! Ja komm, ist okay. Ich lass es für diese Aufnahme-Session gut sein. Ich lass es gut sein. Ach, meine lieben Tomodachis. Ich hätte gedacht, wir kriegen das jetzt noch hin. Wenigstens kommen wir hier in die letzte Phase. Aber ja. Ich muss da glaube ich dann weniger vorsichtig sein in der letzten Phase. Kriegen wir beim nächsten Mal hin. Schade, dass ich das dieses Mal nicht hinbekommen habe. Aber ihr seht es ja. Das hat auch keinen Nährwert mehr. Die Konzentration ist raus. Wir haben halt, wie gesagt, Hochsommer. Ich schwitze mich auch tot. Boom. Party. Ja komm. Also ich spiel jetzt noch einmal, bis ich sterbe. Und dann wisst ihr Bescheid. Dann geht es in der nächsten Session weiter. Da hat sie auch wieder, meine ich, das Item gegriffen. Boink. Da hat sie wieder den falschen getroffen. Oh Gott. Da hat mir ihre Paku Action gerade den Popo gerettet. Oh Gott. Scheiße. Der trifft mich, die Sau, ey. Oh fuck. Ja, ja, ja. Ihr seht es. Es hat alles keinen Nährwert mehr hier. Voll eben, weil ihm das halt wirklich gar nichts ausmacht. Was irgendwie dämlich ist, weil theoretisch, wow, 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 müsste er doch auch in einer Zeit mal irgendwie davon müde werden. Wird er aber nicht. Ja, natürlich attackt er die Dicke. Äh, sie die Dicke. Ich die Dicke. Nee, nee. Meine lieben Tomodachis. Lieben, lieben Dank, dass ihr mal wieder dabei wart. Danke auch an die, die meine Rage-Attacken aushalten. Dann, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session. In diesem Sinne. Ein ausweichendes. Ciao, ciao. Äh, ja. Oh. Oh Gott. Naja. Ihr wisst ja eh Bescheid. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ja, das machen wir. Nächstes Mal versuchen wir, ihnen eine Lektion zu erteilen. Stopp!